Hallo ihr Leseratten! Ich glaube, ich bin ein bisschen unscharf. Ich hoffe nicht. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, aber willkommen zum nächsten Montags-Meeting. Irgendwie ist das Ganze bis komisch. Ich hoffe, das ist nachher nicht so grisselig und einstellungsmäßig. Da ist eigentlich alles in Ordnung. Warten wir mal. Willkommen zum nächsten Montags-Meeting. Es ist der 43. inzwischen. Langsam nähern wir uns dem einjährigen Montags-Meeting sozusagen, auch wenn die Nummer nicht mehr ganz so stimmt, weil ich einige Montage auslassen musste, weil irgendwas war oder so. Ich habe ein bisschen was von mir liegen, das ich euch zeigen möchte. Im Prinzip nicht so viel, aber doch ein bisschen was. Schauen wir einfach mal. Wo fange ich denn schlauerweise an? Mit den Neuzugängen? Machen wir ja eigentlich über die Neuzugänge, nicht wahr? Also fange ich mit den Neuzugängen an. So, und zwar habe ich letzte Woche mein letztes Wichtelkind erfahren beim Literaturschalkforum, genau. Und bin dann gleich losgestiefelt am gleichen Tag und habe das Buch gekauft, oder wollte das Buch kaufen, bestellen, wie auch immer, in meiner Buchhandlung hier um die Ecke. Weil ich gleich, als ich die Wunschliste gesehen hatte, da war halt so eine Wunschliste, man musste ein paar Bücher aussuchen, die man haben möchte oder so. Und ich habe von voran, das haben sich viele gewünscht, dieses Buch. Und ich habe von dahin gedacht, okay, wenn mein Wichtelkind dieses Buch auf der Wunschliste haben würde, dann ist es so, dann kaufe ich dieses Buch. War dann auch so und ich bin losgestiefelt. Und ja, in der Buchhandlung. Die Buchhändlerin hatte gerade telefoniert und ich hatte so eine Zeit zu gucken, was nicht gut gewesen ist. Denn auf einem Grabbeltisch, also es ist auf einem Tisch da, es sind ja keine Grabbeltische in dem Sinne, habe ich ein Buch entdeckt, die es so nicht mehr zu kaufen gibt, jedenfalls nicht neu. Und zwar, ich bin gleich in meiner Hand geräuscht, deswegen kann ich sie gleich zeigen, und zwar Die Nebelelfen von Monika Felten. Das ist der vierte Band der Särge von Thale. Ich habe den ersten Band hier und auch gelesen. Die in den beiden Bänden habe ich noch nicht, weil ich auch unbedingt diese Hardcover-Ausgabe haben möchte. Diese Taschenbuch-Ausgaben finde ich pottenhässlich. Und deswegen möchte ich gerne Hardcover-Ausgaben haben. Am besten die von Weidbrecht, aber die sind noch schwieriger zu bekommen als die von Pieper. Und das gab es da halt für sieben Euro eingeschweißt. Und es ging dann nicht anders. Das Einzige, was war, dass eben hier so ein Aufkleber drin war. Und man sieht es, glaube ich, ein bisschen, dass das da ein bisschen abgerissen ist. Eben hat man es doch gesehen, verdammt nochmal. Ich komme mit der neuen... Das war doch aber eben zu sehen, oder? Moment, ich mache mal ein bisschen hoch. Ja, da ist halt jetzt die Schrift ein bisschen demoliert. Aber nun gut. Kann man nicht ändern. Ist dann eben so. Aber statt 20 Euro habe ich eben nur 7 Euro bezahlt. Und es musste mit. Und sie war immer noch nicht fertig mit Telefonieren. Und ich stöber weiter. Und an der nächsten Ecke quasi kam mir dann nächstes Buch entgegen, gesprungen, wo ich dachte so... Und der Preis! Oh mein Gott! Es war dann... Ich mache mir den Preis mal zu. Es war dann das hier. Die Toten, die niemand vermisst von Chort und Rosenfeld. Der dritte und bisher letzte Band der Reihe kam dieses Jahr erst raus. Und das kostete mich dann nur 5,50 Euro statt 15 Euro. Es ist ein gebrauchtes Buch. Also es hat Leserillen. Ich wusste nicht mehr, dass die Buchhörer auch gebrauchte Bücher verkauft. Aber nun gut. Dann ist es dem ebenso... Auch wenn ich nicht verstehe, wie man in diese Bücher Leserillen bekommt. Meine beiden Bücher haben... Ich glaube, das eine hat eine leichte Leserille. Aber das andere hat gar keine. Und ich verstehe nicht, wie man da Leserillen reinmachen kann. Weil... Die lassen sich wunderbar aufklappen eigentlich. Aber gut. Dafür, dass das Buch eben neu ist und mich nur 5,50 Euro gekostet hat, hat mich das nicht weiter gestört. Und ich würde am liebsten sofort weiterlesen. Vor allem, wenn ich den Klappentext lese. Dann ging es wieder so spannend. Und... Ja, ich mag die Reihe und ich bin froh, dass ich es auf dem dritten Band jetzt habe. Obwohl mich, wie gesagt, vom Cover her würden die mich überhaupt nicht ansprechen. Also ich finde diese Cover irgendwie... Weiß ich nicht. Nicht so schick. Ich meine, sie sind zwar irgendwie einprägsam, weil immer das Gleiche. Außer, dass sich halt die Farbe ändert und das Motiv in der Person. Aber ansonsten... Weiß ich nicht. Ich mag zwar schlichte Cover, aber das ist mir doch ein bisschen zu schlicht. Egal. Ansonsten sind sie gut. Gut. Und dann hatte ich ja gesagt, dass ein Buch auf dem Weg zu mir ist. Und das ist auch inzwischen eingetroffen. Und ich habe echt Angst vor diesem Buch. Ich habe so Angst vor diesem Buch. Weil es ein Genre ist, was ich normalerweise nicht lese. Gar nicht lese. Wo ich... Dieses Genre meide ich wie die Pest. Ich habe mir erst dieses Buch beim People Verlag und das Ding ausgesucht, weil ich eben alle Bücher von dem Autor bis jetzt gelesen habe. Also die auf Deutsch erschienen sind. Und... Ich brauchte dann eben auch dieses Buch. Aufbruch von Dan Welts. Also Partials. Eins. Der erste Band der Reihe. Also hinten steht drin, dass es eine Reihe ist. Also ich dachte immer, es wäre eine Trilogie. Aber es ist eine Young Adult Serie. Oh, Knatsch. Ja, also... Vielleicht kann mich dieses Buch ja von Dystopien überzeugen. Ich bin da ja ein bisschen sehr, sehr skeptisch. Auch wenn ich gerade... Wo ich Lust habe, das zu lesen, weil ich eben neugierig bin irgendwo. Aber ich habe keine Ahnung, ob mir das gefallen wird. Aber wegen der Reihe... Wegen der Buchvervollständigung habe ich mir das jetzt eben ausgesucht. Und es gibt mir eine zweite Trilogie als Dystopie, die ich auch lesen werde. Wahrscheinlich, schätzungsweise. Und eine andere ist, glaube ich, auch eine Trilogie. Womit der Inhalt dann doch ganz interessiert, weil es eben nicht ganz so komisch ist. Ich weiß nicht. Ich bin da eben ein bisschen eigen... Naja. Okay. Und dann hatte mich letzte Woche der Knabber Verlag angeschrieben und gefragt, ob ich denn ein Buch lesen wollen würde und rezensieren wollen würde. Und ich dachte mir so, ui, das klingt gut, das Cover sieht schick aus. Ja, ich nehme es. Und dann kam am Samstag bei mir ein Taberna Libraria, die magische Schriftrolle. Und ich finde... Also es ist doch unscharf, oder? Also könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass es nicht unscharf ist. Warum ist die Kamera unscharf heute? Das verstehe ich nicht. Ja, also ich finde ja, das klingt... Das klingt... Das sieht optisch ein bisschen aus wie Firmen. Moment. Das sieht so ein bisschen aus wie Firmen. Ja, so farbmäßig und Ratte und so. Ja. Aber ist halt auch was ganz anderes. Ist aber auch Buchhandlung. Also, ja. Eine normale Buchhandlung empuppt sich als nicht so ganz normal. Und das ist doch sehr... Hier ist es scharf. Egal. Lassen wir uns nicht davon stören. Ebenfalls klingt das sehr, sehr gut. Und es ist Fantasy. Und dieses Buch sieht sehr dünn aus, oder? Also ich meine, ich hätte gesagt, es hätte jetzt so 300 Seiten ein bisschen drüber vielleicht, oder so. Also so 300 bis 400 Seiten. Das Buch hat aber mal eben... Sekunde, 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 Sekunde. 511 Seiten. Ja. Zum Glück habe ich jetzt kein Problem mit dicken Büchern. Auch habe ich mir gedacht, dass das hier dünner wäre. Aber irgendwie ist das auch ganz schön da grocken. Mal schauen, wann ich die beiden lesen werde. Also lange werden die Bücher zumindest, die oberen drei, also bis auf Nebelelfen, werden sie wahrscheinlich nicht allzu lange auf einem Sucht verweilen. Am liebsten würde ich auch die Nebelelfen schon lesen. Aber wie gesagt, da fehlen mir eben die Macht des Elfenfeuers. Und genau, der dritte Band dann. Ich glaube, es ist einer, der hat gesagt, macht das eh den Nebel. Nein, der Elfenfeuer. Egal. Und dann gibt es noch so ein kleines Büchlein, habe ich gesehen auf ihrer Seite, auf der Webseite von der Autorin. Das auch noch dazu gehört. Na, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja. So viel zu meinen Neuzugängen und so viel zu, es kommen nur drei Bücher diesen Monat. Natürlich, natürlich. Ist ja immer wieder anders. Aber es sind immerhin nur sechs und im Gegensatz zu sonst ist das schon gut, würde ich sagen. Ich komme zwar diesen Monat nicht ganz so zum Lesen. Lasst mich mal kurz schmulen. Viele Bücher habe ich noch nicht gelesen. Die Seitenzahlen sind dafür ganz ordentlich. Was habe ich denn da wieder gemacht? Hallo. Ja, kommen wir nun zu dem, was ich gerade lese. Und zwar ist es immer noch Geisterstunde bei Wolfgang Kohl. Bei Wolfgang Kohl, wenn es Geisterstunde. Aber ich bin da bald fertig. Ich hoffe ja, dass ich allerspätestens morgen mit dem Buch fertig bin. Und das wäre toll. Also ich habe noch 70 Seiten. 70, 70, 80 Seiten. So in dem Dreh. Lasst mich kurz gucken. Ja, ein bisschen über 70 Seiten. Also das sollte doch zu schaffen sein, oder? Gut. Außerdem lese ich auch immer noch der Kreisedämmerung, Band 2, der Wahrheitsfinder von Ralf Isau. Als Buchreise zwischendurch hatte es ein paar, ja, also es ist immer noch dabei, glaube ich. Und das hat mich ein bisschen genervt, weil diese Hitler-Sache da etwas sehr, sehr, sehr ausführlich bekritzelt wurde. Und man kann es einfach irgendwann nicht mehr hören, lesen, was auch immer. Und das war einfach ein bisschen zu viel. Und ich hoffe, dass jetzt einer wieder Schwung aufnimmt und von diesem ganzen Hitler-Gedöns weggeht. Und weiter, weiter, bitte. Ja, das hat mich ein bisschen genervt und aufgehalten beim Lesen. Ansonsten habe ich hier noch immer 400 Seiten zu lesen. Also ich bin jetzt etwas über die Hälfte. Und, ja, hoffe, dass ich auch dieses Buch, na, nicht hoffe, ich werde dieses Buch auch noch auf jeden Fall auslesen. Und dann ist dieser Monat ein Buch mit den meisten Seitenzahlen, beziehungsweise mit den nächsten Büchern. Weil drei Bücher über 500 Seiten, das ist dann schon mal ordentlich. Ja, die beiden lese ich gerade. Es sind immerhin nicht mehr Tausende. Und die Familie, ja, hier liegt es, ist ja schön, von gestern. So, Buch und die Familie, das werde ich diesem Monat nicht auslesen, wegen Leserunde und so. Ich denke auch, dass ich hier diesen Monat gar nicht weiterlesen werde, sondern die letzten, die nächsten 100 Seiten, 100, circa, ein bisschen mehr, 106 Seiten, dass ich die am Sonntag lesen werde, also am 1. Aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher oder am Samstag noch ein bisschen, muss ich mal schauen. Ja. So, dass ich mich erstmal auf meinen Subabbau konzentrieren kann. Und weil das Buch eh erst im nächsten Monat abgebaut wird, ich bin da so ein bisschen kopfkrank, kopfkrank, egal. Stapel. Ja, und dann, hier riecht es gerade sehr gut, habe ich nämlich bei Real am Samstag mir ein bisschen was mitgenommen. Also ich wollte eigentlich für mein eines Wichtelkind sowas holen. Es ist nicht das YouTube Wichtelkind, falls ihr das jetzt meint, nein. Sonst würde ich es euch nicht zeigen. Und habe da eben mir auch noch welche mitgenommen. Und ja, die wollte ich euch gerne mal zeigen. Ich finde die nämlich riechen ganz gut. Es sind so eine Kerzen halt, so eine. Vor allem kann man die Laser danach nochmal verwenden und das finde ich sehr schön. Und zwar einmal Honey Cookies. Ich finde sogar, dass das glaube ich am besten riecht. Das riecht so richtig nach Keks, nach Honig eher nicht so. Eher so Zimtkekse oder sowas. Also so Keks und mit Zimt und ja, lecker, lecker. Also da könnte man sofort reinbeißen, glaube ich. Ja, also das finde ich immer sehr, sehr schön. Dann habe ich Vanilla Spice. Also es kommt immer zwei Farben und dann eben, also es kommt jetzt noch eine andere Farbe, und verschiedene Duftdinge. Ich dachte erst, wenn nur zwei Düfte, aber nein, es sind sehr viele gewesen. Es gab auch noch viel, viel mehr, aber man muss ja nicht. Ich kann mich dann alle mitnehmen. Und das ist sehr, sehr vanillig mit. Ja, eher vanillig. Mit so einer kleinen Note was anderes. Aber überwiegend Vanille. Aber es ist ein angenehmer Vanille. Ich merke ja nicht jeden Vanillegeruch. Aber ich finde, der ist schon sehr hübsch. Mal sehen, wie sich es angezündet anfühlt, anriecht. Wie es angezündet riecht. So. Und als Letztes habe ich hier noch Winterview Vanilla Honey. Das ist auch ein wunderschönes Motiv, finde ich. Moment. So ein Schneidehäuschen und so was. Das finde ich ganz, ganz toll. So sieht man das nicht überhaupt. Wie ist hier, ne? Wo sind die Regeln da auch drauf? Na toll. Und warum ist hier draußen Wachs? Also die Regeln sind da nicht mit bei. Das ist aber schade. Warum sind denn die da nicht drauf? Doch sind sie. Was rede ich denn? Die haben sich versteckt. Okay, die Regeln sind doch drauf. Also man sieht es auch aus, wenn was drauf ist. Das ist schon mal schön. Ja. Wo ist hier jetzt der Unterschied? Das riecht ein bisschen fruchtig. Im Gegensatz zu dem. Also das riecht mehr nach Vanille als das hier. Das hier hat noch so eine Fruchtnote irgendwie. Also so eine leichte andere Note. Mein Gott, was ist denn das hier? Ja. Gut, die habe ich mir geholt. Die werde ich mal gucken, wie ich die finde. Nächstes Wochenende. Am Samstag wird ja hier endlich mehr geschmückt. Dann wird es hier auch ein bisschen weihnachtlich. Und dann werden die garantiert auch irgendwie angezündet werden. Ja. Gut. Habe ich denn sonst noch irgendwas zu erzählen? Ach Leute, nee. Ach ja. Ich wollte ja eigentlich vom Wochenende noch erzählen. Und zwar war am Wochenende... Eigentlich sollte das ein riesen Lese-Event für mich werden. Und es war nur ein halbes Lese-Event. Und zwar war am Wochenende beim Literaturschock-Forum ein Krimi-Lese-Wochenende. Und ich habe da im Rahmen dieses Lese-Wochenendes den Krimi ausgelesen. Hier die Frauen, die er kennt. Die erkannte. Die erkannte. Eben den zweiten Teil von... Ne? Hier. Den zweiten davon habe ich ausgelesen am Wochenende. Also gestern wohlbemerkt. Und eigentlich sollte ja auch... Oder es fand ja auch statt, die zwölfte langen Lese-Nacht für Ankers Geblubber. Und ich wollte eigentlich teilnehmen. Ich hatte es mir fest vorgenommen. Und es sollte auch wieder gefilmt werden und so weiter. Allerdings war mein Freund dann der Meinung, und das ist ganz untypisch für ihn, Lass uns doch rüber gehen in die Cocktailbar. Und ich hatte mir so, weißt du, heute? Jetzt? Ja. Und wenn er schon mal was vorschlägt, dass wir irgendwo was machen, dann sollte man das auch annehmen, weil das kommt relativ vor. Und ich dachte mir noch so, okay, wir bleiben ja garantiert nicht so lange. Dann kann ich ja danach noch ein bisschen lesen. Ja, vergiss es. Wir hatten eigentlich... Also ich hatte nur zwei Cocktails und er hatte zwei große Diesel gehabt. Und dann wollten wir auch gehen, obwohl wir haben uns ewig lang an diesen Getränken aufgehalten. Es war also schon nach eins, wo wir dann eigentlich gehen wollten. Und dann hieß es aber, na, wir könnt ja noch was kleines trinken. Wir hatten das schon bezahlt und ja, wir wurden einfach genötig zu bleiben. Ja, dann blieben wir da bis nachts zwei und sind dann eben irgendwann rüber gestiefelt. Ist ja zum Glück nicht so weit, ne? Aber mit Lesen war dann eben viel dann flach. Also ja, das hat er sich dann erledigt. Nur noch nach Hause kommen, umfallen, schlafen und gratze Puh. Ja, gut. Ich habe so viele Videos vorgedreht, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin aber gerade so extrem faul, das zu bearbeiten. Weil bei einigen muss ich noch ein paar Bücher einblenden, beziehungsweise zu dem einen muss ich einen Blogpost schreiben. Habe ich ja schon angefangen, aber eben da muss ich auch die ganzen Bildchen noch bearbeiten. Und schreiben und so. Und ich bin gerade so extrem faul. Oder wann bin ich denn mal nicht faul? Ich muss das eigentlich mal abschaffen. Habt ihr Tipps gegen Faulheit? Das wäre jetzt mal eine ganz wunderbare Idee. Also das bräuchte ich wirklich mal. Ja. Gut. Ich glaube, sonst habe ich nichts weiter. Ich freue mich schon auf die nächste Woche, weil da habe ich etwas mehr zu berichten. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt das gleiche Montag mit dir mit reinnehme. Oder ein extra Video dazu mache. Ich glaube, ich mache ein extra Video dazu. Genauso mein Lesemonat. Mein Lesemonat habe ich am 7. November abgedreht. Für Oktober. Und habe dann später nochmal einen Teil dazu gefügt. War das am 7? Oder war das schon früher? Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich dann später noch einen Teil dazu gefügt, weil ich etwas vergessen hatte. Und ich komme nicht dazu, das Video zu bearbeiten, obwohl ich schon angefangen habe. Aber ich müsste noch ein paar Fotos machen und die damit reinblenden. Und irgendwie muss ich es in den Angriff nehmen. Also, gebt mir mal einen virtuellen Arschritt, damit ich dann wenigstens dieses Video diese Woche hochladen kann. Nicht, dass es dann erst nächste Woche kommt und dann ist es wieder der nächste Lesemonat. Und dann habe ich wieder ein paar Texte abgedreht und so weiter und so fort. Und ich habe sogar eine Rezension abgedreht letzte Woche. Sollte ich gleich auch mal hochladen. Also, wie ihr merkt, ich habe einige Videos im Petto, aber ich bin irgendwie... Vielleicht schaffe ich es heute, ein paar zu bearbeiten und dann eben hochzuladen. Und gucken wir mal. Ja. Okay. Was war das jetzt? Nix. Okay. Dann wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns dann entweder bei einem vorgedrehten Video als nächstes oder eben nächste Woche. oder wann auch immer. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Bis dann. Bye, bye. Bye. Untertitelung. BR 2018